in der tfd schnitt 250 folgen haben ist das eh klar ich möchte ja jetzt nix aber 351 ich weiß bin so die in 30 stunden in den letzten zwei wochen gezockt ich war mal bei 65 oder so jetzt stehen 43 in den letzten zwei ich bin wieder runter gekommen so ein bisschen hier ist direkt ein ausgang für den fall der fälle alter macht doch nicht zum krach gespawne leute wir sind auch nein ja wir gehen schnell zu portry ich nehme den hinweis links du nimmst den rechts ich bin nervös ich bin nervös ähm ja ja kannst du ja dann weiter Richtung Südwesten Osten, Skapa Lake, Schüsse Ich hab hier an dem Fass, äh... Lass uns laufen Mach ich, mach ich, mach ich Äh, Kapelle? Aber oben gehen wir Äh... Über Alice Farm noch Lock Bay, ja So Den Bauch wegschlapodiert zu werden Ne, ich auch nicht Lass mal hier in die Hütte gehen, bitte Ja Die sind zu nah an unseren Fersen Halt Halt Hoffentlich läuft jemand in meine Falle Spieler Südwest Nicht mehr bewegen Südlich ist einer am Schleichen Halt 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 Ich mach Krach, wir müssen den Anlocken. Das ist mir sonst zu gefährlich. Osten. Scheiße. Aha, Nord-Ost. Die kommen jetzt von Portuika. Ich mach Krach. Alles vom Steelwater. Ja. Das ist schon nichts mehr. Oh, Norden. Ja. Das ist schon nichts mehr. Ich mach Krach. Ja. 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 Vielen Dank. Ich höre nichts. Hä, was war das gerade im Norden mit dem Knacken? Ja, das ist halt die Frage, ob das Spieler sind oder nicht. Wie ich unser Glück kenne, sind das Spieler. Ja, und wie ich unser Glück kenne, bewegen wir uns jetzt gleich hier raus, wo wir denken, wir müssen mal weiter und dann sind das Spieler, die die ganze Zeit geduldig gewartet haben. Ja. 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 Boah, ist das schwer, jetzt hier rauszugehen, ey. Das widerstrebt jeder Zelle meines Körpers, ne? Aber wir müssen, ne? Das ist der Punkt, ja. Also wir könnten eigentlich, wenn wir straight nach Süden laufen, dann kommen wir da auf die Ecke von der Alice Farm, dann können wir uns in die linke große Scheune hoffentlich zurückziehen. Hört sich noch einen Plan an, ich folge dir. Ja komm, dann alles oder nichts. Hier ist ein Vögel. Das ist schon ein Lockball, war? Aber sogar Richtung Pitching. Lockball und Pitching, ja. Obwohl die Explosionen haben sich unterirdisch angehört, da wird schon fast Pitching. Das ist schon ein Wohse. Ich hab da mal ein Geschenk hingelegt Sollen wir zu Lockbay oder was? Würde ich sagen Also irgendjemand ist hier auf jeden Fall schon lang gekommen Weil die anderen Hühner da hinten waren gemacht Wird ich vielleicht weitergezogen Das ist auf jeden Fall Stillwater Oh, weiter rechts Ja Die Viecher hier sind auch schon gemacht Also, wo ist der Hinweis? Bin da Alla Der Hinweis schlägt aus Also, das ist überall, ne? Also, hier sind auf jeden Fall welche Ja Und wir wissen aufgrund der Kasse, wo wir sind Ich glaub, wir kommen gleich von hier Da kommen weitere von Nordosten Ja Aber da sind wir noch das Gebiet Aha Weites Team Wir sind auf jeden Fall über uns Einer läuft im Westen draußen rum Wir sind auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, what should we do? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 die sind jetzt bei skapa lasst ihr einfach jetzt nicht zu nahe kommen ja ein team ist jetzt schon ans körper vorbei richtung ausgang ja Ja, da vorne ist ein Jäger. Ich glaube, jetzt sind wir auch mit der Beute. Wir müssen irgendwo dahin. In die Mangroben hier. Ach ja, natürlich kann er da durchgucken. Ja, geht direkt wieder weg von meiner Position. So now. 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 Oh lord, lord, nein, nein. Du bist so mieser geiler, motherfucker, ne? Ach, die haben ein Double-Bounty. Boah, Junge, gib mir die Pumpe. Loot den Jäger noch. Aber wo ist die eine Bounty? Ich guck mich gerade um. Da ist nichts mehr. Wo ist das zweite Team auf jeden Fall hin? Ey, die Bounty soll hier noch irgendwo liegen. Ich seh keine Teams, die muss hier noch irgendwo liegen. Hier liegt sie. Hier. Echt jetzt? Alter. Ja, komm. Oh, Junge, gib mir die Pumpe. Alter, 500 Dollar hab ich gerade von dem gekriegt. Raus hier. Oh, Junge, ich zitter, ne? Ist das eine geile Runde gewesen? Oh, Junge, ich zitter. Du, kleiner Harald, ey. Alter. Oh, Junge. Oh, Junge. Alter. Duing an die Beskbench hier. Oh, wir. Oh, Leil. Warte mal. Mein Kopfhörer ist tot. Oh, Gott, ey. Hast du es gesehen, Alter? Ich hänge mich in den Busch, will mich brennen Also ich brenne und will mich löschen und denke mir so Ne, der sieht mich, ich brenne wie eine Fackel Der wird auch hektisch Und springt hin und her, Alter Du hast Fächer Und nur wegen Fächer hast du den gekillt Und das beweist es einfach immer wieder, ne? Oh, gib mir die Pumpe, ey Ah, 17 Level, da hätt ich mehr erwartet, ey Oh, Junge Das ist doch nicht wahr, Alter Was ist da gerade passiert? Ich hab die 10.000 geknackt Helle Scheiße